Hi und herzlich willkommen bei Barfisch. Mein Name ist Andrea Kaliga. Wir mixen heute den Prince of Wales. Wir brauchen ein Sektglas, Champagnerglas, schön hochstilig. Wir brauchen Cognac, wir brauchen Angostura, Triple Sec und ein bisschen Champagner. Geht eigentlich total einfach. Ein Eiswürfel in das Glas geben. Viel Eis brauchen wir dabei nicht. 2cl vom Cognac dazugeben. 1cl vom Triple Sec. Ich nehme gerne den Triple Sec von Barfisch, von Barfisch, von Barkraft, den es aber bei Barfisch gibt. 1cl vom Barkraft Triple Sec dazugeben. Und einen Spritzer vom Angostura. Vorsichtig. Dann das ganze vorsichtig verrühren. Das reicht schon. Und dann mit ein bisschen Champagner aufgießen. Noch etwas dazu. Und das war es schon. Als Garnitur wird eine Orangenscheibe genommen. Und dann war es das auch schon wieder. Sehr einfach. Schön erfrischend. Mal ein ganz anderer Geschmack. Probiert dir mal aus. Prince of Wales bei Barfisch.de. Ciao.